Musik Hallo, mein Name ist Kathi Henrich und ich spiele Fußball, seitdem ich neun Jahre alt bin und aktuell beim VfL Wolfsburg und in der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft. Zu den größten Erfolgen im letzten Jahr gehört für mich auf jeden Fall der Gewinn des DFB-Pokals mit meiner Vereinsmannschaft. Und in diesem Jahr steht die Europameisterschaft in England an und da möchte ich auf jeden Fall mit der deutschen Mannschaft dabei sein und natürlich am allerliebsten den Titel gewinnen.